Herzlich Willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Wir haben gleich jemanden umgebracht Ja, es ist mir klar, Leute, braucht ihr mir nicht erklären Ein Jagdschiff plündern und 50 Säcke Zucker plündern, okay Aber das will ich eigentlich nicht Ich glaube, es ist nicht ganz die Stimme von Deadpool und ich muss mal was einstellen, Leute, das geht so nicht weiter Die reden mir viel zu laut Sprachlautstärke senke ich mal auch auf 7 Alles andere geht eigentlich Vielleicht wird die Musik so auf 5 runter reduzieren Dann gehen wir uns auf R2 drücken, um zu beschleunigen Das ist für ein Ort nichts besonderes Halt, stopp Ein Schoner Gut, nehmen wir uns den mal vor Das soll ja ein bisschen Unrufuhr stiften Könnte ein reiner Part auf See werden Hat ja auch was Ich wünschte, ich hätte währenddessen eine Story, die ich erzählen könnte Weil so wird es das Ganze spannender Für euch denke ich mal zumindest Aber nein Und Gleich haben wir uns das haben wir auch jetzt offiziell, oder? Ja Also ab auf Schiff Aber da kommt jetzt vorsicht, eine große Welle Darf man nicht so unterschätzen, die Dinger, die sind tückisch Ich wünschte, ich hätte hier eine bessere Übersicht über das Ganze Aber so treffen wir zumindest irgendwen Ich meine, die Schiffe sind noch leicht Später gibt es dann noch mehr Herausforderungen Okay, das bringt eigentlich so nichts Also ab auf dieses Schiff Und dann den wenigen Rest auch noch Und jetzt ergeben sie sich Ich fände es viel interessanter, wenn man die alle umbringen müsste So Bisher können wir nur die Jackdaw referieren Und da hätten wir rum gehabt Meine Güte, Leute Also Ein bisschen mehr anstrengen müssen wir uns schon So Wir haben noch kein Metall erhalten Haben wir das Im Visier Das könnte schwer werden Wir haben ihn vermessen Stufe 1 nö ich finde absolut gar nichts ab von mir ziel ansehen da hinten eine brick hat aber nur holzstoff ich versuche mal die markierung auch wenn ich Angst habe Leute eine militärbrick am Horizont gutes Auge Mann bist du bereit dafür Kenway? denn sie wird sicher einen guten Kampf liefern wer ist dafür die brick aufzubringen ruft ein genau das wollte ich hören gib das Signal bemannt die Kanonen Vorsicht mit der Navy Jungs die können ebenso ran wie Breitseifen geben ich setze die Pulverfässer geben oder? da habe ich natürlich Angst so treffen wir die aber nicht gescheit was soll der bloß kommen? was soll die bloß kommen? da sind ja aber mehrere die da sind oh Mist ich werde es noch bereuen na warte das halten wir schon aus ok nicht gut nicht gut oh verdammt nicht sonderlich clever von mir ok ich merke es war gar nicht so eine gute Idee Feuer das hat Schaden angerichtet Feuer Achtung zusammenstoß nur zweit und holz können das noch retten war absolut keine gute Idee da ist sie am schwächsten Feuer warten auf dein Zeichen Feuer da sind sie am empfindlichsten Feuer Kanone bereit Feuer ja wir können das schaffen wir können das schaffen verdammt noch mal das Schaden ja so können wir uns wenigstens mehr oder weniger heilen aber ob das uns viel bringen wird das glaube ich ja weniger das sind sogar diesmal zehn die wir umbringen müssen ok so weit so gut vielleicht gehen wir uns jetzt rüber na warte wer wird hier wo baden wollen wir doch mal schauen aber Metall haben wir höchstwahrscheinlich kein zu halten dabei werden wir mal die Jackdown verschwinden dann weil das ist zu heavy oder sind die jetzt weg oder sind die jetzt weg die sollten wir auf jeden Fall weg regeln wir haben nur zwei Balken so wo sind die jetzt ok da hinten mit denen ist nicht gut ähm Kirschen essen für den ist nicht gut Kirschen essen da hinten was haben wir da ein kleines Schiff ach ja ist es nicht niedlich ok dann mal auf auch wenn das nur so ein kleiner Schoner ist Achtung zusammenschluss Schlag eingeschleppt fetten feindliche Feuer sie präsentieren sich uns lassen sie dafür bezahlen bereit zu schießen so mal schauen ob das überhaupt was bringt na ressourcen gibt es auf jeden Fall und wir können unser Schiff reparieren das ist das gute dran können wir uns eventuell wieder an so ein dummes Schiff dran trauen so dann mal rüber da hab ich nicht ganz hingekriegt Vorsicht ich muss sich mal untertauchen Ok wir haben gewonnen Ohne mal ein großartiges zutun Aber kein Metall Hauptsache unser Schiff ist repariert ich wünschte ich könnte ein paar noch ein bisschen länger machen ich glaube ich machen auch diesmal ein bisschen länger weil die Mission braucht auch dementsprechend länger so drehen wir das ganze mal um das haben wir den da hinten so sehr gesessen Beweger wir reiten im Wind so gut sie es kann Leider nur ein Schoner hat auch nichts davon was wir brauchen Schoner nichts gescheites nur Schoner 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 noch mal Schoner so wen haben wir da hinten wieder mal ne Brick oh Gott aber durch kämpfen wird mehr stärker oder was ist da hinten aber die haben Metall also das ist sinnvoller wenn wir den dann angreifen so dann werden sie jetzt gerammt das Problem ist leider die haben leider ein bisschen Verstärkung mit dabei Oh und so Bekanntheitsgrad wurde erholt los ist ein bisschen langsamer das ist nicht so schön ja wir entgehen nochmal kurz den Tod das war ein Mist feindliches Feuer haltet euch fest von der Steuerung her könnte es nicht grauenhafter sein Feuer feindliches Feuer Feuer die der Verstärkung greift in den Kampf ein Käpt'n bereits zum Feuern Käpt'n Feuer ja Feindliches Feuer! Feindliches Feuer! Wir müssen uns versenken, Ken Wade! Feuer! Feindliches Feuer! Feindliches Feuer! Feindliches Feuer! Feindliches Feuer! Feuer! Wo treffen, wo es weh tut. Und sie haben uns aufgetrafen. Aber wir halten stand. Warten auf Parteien, Käpt'n! Feindliches Feuer! Ja, bald ist es vorbei. Feindliches Feuer! Feindliches Feuer! Feindliches Feuer! Feindliches Feuer! Feindliches Feuer! Feindliches Feuer! Immer eine schöne Mischung auf allem Mögliche. Feindliches Feuer! Okay, wir können so gut die einpacken. Feuer! Feindliches Feuer! Feindliches Feuer! Ja. Oh, Mann. Man durfte nicht so leicht werden mit einem Metall. Zumal ich mich auch frage, ob wir das irgendwo kaufen können. Haben wir eigentlich jetzt immer noch das, was wir vorher erreicht haben? wie du sicher bemerkt hast ist die zahl der handelsschiffe in diesen gewässern dreimal höher als die zahl wurden zurückgesetzt aber wir haben schon hier diese eine mission da unten 50 secke zucker aber in kleinen dosen und um die marine hervorzulocken richtet man am besten etwas ein paar kleine fische um die großen zu fördern ja wie machen wir das ist am besten auf jeden fall haben wir die säcke zucker schon mal das ist relativ gut also da muss ich jetzt nicht unbedingt auf dieses blöde kriegsschiff gehen haben alle nur holz zum kotzen aber die haben metall ich weiß ich ziehe den part etwas länger aber eine militärbrick am horizont das augen mann bist du bereit dafür kennen sie wird sicher einen guten kampf liefern das wurde mit sicherheit zurück gesetzt es durfte sehr sehr schwer werden das hat sie glaube ich nicht erwischt okay jetzt muss man besser legen er hat nicht so viel gebracht ich bin leider nicht so gut in diesen ganzen gefechten überhaupt noch ein bisschen eine relativ viel alleine als einen Kampf von den halten wir schon aus eine Menge Blei aber stehen doch da sind sie am empfindlichsten so jetzt haben wir sie warum ich sie habe ich sie untergehen lassen ah ne doch sie steht noch Puh das gilt es Jungs treten sie in den Arsch und lasst sie britischen Stahl schnecken von hier aus sehe ich absolut niemanden fünf Kapitäne eliminieren aber hauptsache wir gestalten eine Menge Zeug frei das es nichts bringt ja bringt mir so nix ich könnte vergessen unsere Crew verliert nur an Leuten wird Zeit dass ich mich da einmische auch sehr die 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 Gut gemacht. Ich hoffe, das wird nun gespeichert, weil sonst haben wir ein echtes Problem. Aber gut, wir haben wenigstens gespeichert, dass wir Zuckersäcke gesammelt haben. So, reparieren wir mal die Jack-Tor. So, die halbe Miete wäre gemacht. Haben wir den da vorne? Halt mal irgendwie ein Kanonenboot. Machen wir das einfach mal. Kann doch nicht schaden. Weißt doch nicht, ob das ein wirkliches Kriegsschiff ist, aber... Jetzt jeden Fall Segel! Wehe Segel, wir reiten die Böse! Wir sind verschädigt! Oh, Bewegung, ihr Rappen! Feuer! Wache, raus! Gut, Feuer! Und auf den Grund! Und auf den Grund! Haha! Sie stehen! Was ist jetzt los? Was geht da hinten ab? Der hat auch 35 Metall das Problem. Wir sind ja noch nahe von zwei Bricks. Die uns gegenseitig umbringen. Und die uns allesamt umbringen. Das gefällt mir nicht. Kanonenboot Stufe 2. Vielleicht mal auf so ein Scheißboot wieder gehen, damit wir uns reparieren. Damit wir reparieren können. Bringt da absolut gar nichts. Runter auf den Grund! Die haben zwar Metall, aber nicht genug. Was ist da hinten? Auch wieder ein Kanonenboot. Ich weiß nicht, wie sieht es eigentlich mit unserem anderen Ziel aus? Ein Jagdschiff plündern. Ja gut, das sind wahrscheinlich diese angelockten Schiffe. Das sind alles nur Kanonenboote. Das sind die Printraden. Sie müssen da auf das Schiff gehen, um uns zu reparieren. Bevor wir uns wieder gegen die Übermacht stellen. Stellen. Wir werden auf Sie treffen, Sir! Feuer! Und der Treffer könnte sie abnehmen. Braben und Bar segel fest dürfen. Sind bereit, Sir. Die Segelaufgaben. Ja, großartig machen können wir mit denen nix. Das ist das Problem. Das ist schon wie ein Kanonenboot. Bringt alles nix. Und mit Mörser können wir absolut nichts anfangen. Das ist halt unser dämliches Schicksal. So, was haben wir da hinten? Der hat auch nicht genügend Metall. Und ist auf Stufe 17. Was ist das? Ein Schoner, komm. Ein Schoner machen wir. Ich überziehe den Part übrigens nur, weil das so eine beschissene Mission ist. Weil, ehrlich Leute, unser Schiff ist noch nicht genug ausgestattet. Als es sich da wirklich lohnen würde. Oh Gott. Wir müssen den schnell ausschalten, das geht sonst nicht anders. Königliches Konvoi. Feier! Da sind sie am empfindlichsten. Feier! Feier! Da ist sie am schlechten, Captain. Feier! So, er ist zum Entern auf ein Zeichen. Captain, zieht sie ran, mal draußen. So, er ist zum Entern. Okay, wir müssen noch zwei auf den konventionellen Weg töten. So, legt euch nicht mit uns an. So, Jackdor reparieren wir natürlich. So, und dann haben wir hier doch in der Nähe irgendwelche Schiffe. Weil ich habe ein bisschen Angst wegen des königlichen Schiffs. Lass den die Hauptsegel! Lasst uns Fahrt aufnehmen! Mehr Segel! Alle Segel! Weiß Segel an die Schurten! Okay, wir haben hier einen Verfolger. Zudem sollten wir hinsegeln und nichts anderes machen. Ihr segeln genau aufs Land zu, Herr! Verdammt! Das ist unser nächstes Projekt, Leute. Eine Brick mit genug Metall. Okay. Jetzt werdet ihr sterben. Oh Gott, und jetzt haben wir wieder die Attention von anderen Leuten. Feuer! 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 Lege ihr Minen in den Weg, wenn sie uns ranken. Feuer! 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 Oh mein Stefan, war doch alles so schön friedlich. Sehr gut. Und ich fahre mal in den eigenen Minen-Täppich. Feuer! Feuer! Hol die Fahrsägel ein! An Steuerkämpfen, du reißt uns in Stücke! Feuer! Ja! Alle Segel, sie verträgt das! Ja, wir können es mal wieder vergessen. Halt euch fest! Achtung! Feuer! Ein Gegner feuert! Feuer! Befehle, Kack! Achtung, ein Star! Verdammt, bist du verrückt, Käpt'n! Definitiv! Leut, ich würde sagen, für diesen Part soll es das gewesen sein. Ich will das nicht noch länger in die Länge ziehen. Es ist auf jeden Fall eine Scheiß-Mission. Einfach weil das Metall auf den großen Schiffen ist... Aber das Metall haben sie gespeichert, okay. Ist alles gut soweit, Leute. Es dauert halt jetzt ein bisschen länger. Okay. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Halle, die Unstaffel, nehmt dran. Freundschaft ist Magie. Oh Mann, was für eine Scheiße. Also, als James Matグill, Bill водой auf dem기� housesller. Das ist natürlich nichtlevel, Leute. Wir wollen jetzt die Suzuki verabschiedひkeln, dass wir ihn für einen Hof aus beschhhuren stechen, aber wir wollen ja auch schon mal hinbekommen, dass wir定 dann endlichpants haben, dass wir einen Hon frontste ifmit aus. Da ist mit dem Schwim helps. Und das wird D heats so hoch. dass wir uns nur launch en das Karameins, weil etwas空 meines right bend进 latte? cứuастьkan uns an. Da ist ein Markt, wenn wir uns zu sehen, Bis zum nächsten Mal.